Wie heiratet man? Wenn eine Frau und ein Mann heiraten möchten, dann fragen Sie am besten bei Ihrem Standesamt nach, wie das geht. Ein Standesamt gibt es in jeder Stadt. Es ist meistens im Rathaus. Große Städte wie Berlin oder Hamburg sind in Bezirke eingeteilt. Dort gibt es für jeden Bezirk der Stadt ein eigenes Bezirksamt mit einem Standesamt. Eines Tages habe ich mir aus dem Telefonbuch die Nummer unseres Bezirksamts rausgesucht und dort angerufen. Guten Tag, ich hätte gerne das Standesamt. Einen Moment bitte, ich verbinde, sagte die Dame am anderen Ende der Leitung. Ein paar Sekunden später hörte ich eine andere, etwas brummige Stimme. Standesamt, Sie sprechen mit Frau Olschewski. Guten Tag. Ich sagte, meine Freundin und ich möchten gerne heiraten. Was müssen wir da tun? Wurden Sie beide in Hamburg? Wollte Frau Olschewski wissen. Und ich antwortete, ja. Sind Sie beide Deutsche und in Deutschland geboren? Sind Ihre Eltern Deutsche? Und wieder sagte ich, dreimal ja. Also, sagte Frau Olschewski, da brauchen Sie beide eine Abstammungsurkunde. Und zwar ausgestellt vom Standesamt der Stadt, in der Sie geboren sind. Das ist der Beweis für uns, dass es Sie beide auch wirklich gibt. Da musste ich lachen. Aber mich gibt's doch. Wir telefonieren doch gerade miteinander. Wenn es mich nicht geben würde, dann hätte ich Sie auch nicht anrufen können. Jetzt wurde Frau Olschewski ein bisschen ärgerlich. Da kann ja jeder kommen und sagen, dass es ihn gibt. Wir vom Standesamt brauchen das schwarz auf weiß geschrieben und mit Stempel und Unterschrift. Sonst glauben wir Ihnen gar nichts. Und außerdem brauchen wir auch einen Beweis, wer Ihre Eltern sind. Das brauchen wir auch. Schwarz auf weiß geschrieben, mit Stempel und Unterschrift natürlich. Dieser Beweis nennt sich Abschrift aus dem Familienbuch. Und den gibt's im Rathaus der Stadt, in der Ihre Eltern leben. Und außerdem, jetzt musste Frau Olschewski erstmal Luft holen, außerdem brauchen wir einen Beweis, dass Sie und Ihre Freundin noch nicht verheiratet sind, dass Sie beide also ledig sind. Darüber gibt es eine Bescheinigung im Rathaus der Stadt, wo Sie jetzt gerade wohnen. Und wenn Ihre Freundin und Sie diese ganzen Papiere zusammen haben, dann können Sie zu mir kommen und wir machen einen Termin ab, wann Sie heiraten können. Hui. Das war aber eine ganze Menge. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und vor allen Dingen so komische Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Um sicher zu sein, dass ich alles richtig mitbekommen hatte, wiederholte ich noch einmal. Also, eine Abstammungsurkunde von meiner Freundin Julia und mir, zum Beweis, dass es uns beide gibt, eine Abschrift aus dem Familienbuch, zum Beweis, dass es unsere Eltern gibt und eine Bescheinigung, dass wir beide noch nicht verheiratet sind. Wie hieß die noch mal? Ledigkeitsbescheinigung, sagte Frau Olschewski. Und das wäre dann erst einmal alles. Auf Wiederhören, Herr Kordes. Auf Wiederhören, Frau Olschewski. Nach diesem Telefongespräch mit Frau Olschewski vom Standesamt hat es erst einmal lange gedauert, bis wir diese ganzen Papiere beisammen hatten. Aber eines schönen Tages war es dann soweit, ich habe alles in eine Mappe gepackt und bin damit zum Standesamt gefahren. Dort waren schon viele Leute, die alle ihre Papiere abgeben wollten, um zu heiraten. Der ganze Flur stand voll mit Menschen, die alle den Beweis, dass es sie gibt, schwarz auf weiß geschrieben, mit Unterschrift und Stempel dabei hatten. Und natürlich den Beweis, dass es ihre Eltern gibt oder mal gegeben hatte und, dass sie selbst noch nicht verheiratet, also ledig waren. Ich musste über eine Stunde warten, bis ich schließlich Frau Olschewskis Büro betreten konnte. Frau Olschewski war total genervt, dass heute so viele Leute ihre Papiere abgeben wollten. Das war wieder mal ein Betrieb. So viel Arbeit machte Frau Olschewski noch mürrischer, als sie sonst schon war. Sie guckte mich böse an und sagte, dann wollen wir mal sehen, ob auch nichts fehlt. Aber zum Glück hatte ich alles dabei. Und warum ist Ihre Verlobte, die Frau Morgenstern, heute nicht hier, brummte die unfreundliche Frau Olschewski. Frau Morgenstern muss heute leider arbeiten, antwortete ich. Heute wird es ja wohl noch ohne Sie gehen. Ist gut, murmelte Frau Olschewski. Warten Sie draußen, bis die Standesbeamtin Sie aufruft. Also noch einmal warten. Aber diesmal dauerte es nur fünf Minuten, bis die Standesbeamtin mich in ihr Büro rief. Sie hieß Frau Wohlrab und war viel freundlicher als Frau Olschewski. Erst einmal hat sie mich gefragt, wie wir nach der Hochzeit heißen möchten. Das hatte ich schon mit Julia besprochen. Wenn man heiratet, kann man sich nämlich aussuchen, welchen Nachnamen man gerne haben möchte. Man kann den Nachnamen des Mannes oder der Frau nehmen oder auch beide Namen zusammen oder es kann jeder seinen eigenen Nachnamen behalten, wie vor der Ehe. Wir hätten also Julia Morgenstern und Detlef Morgenstern heißen können oder Julia Cordes und Detlef Cordes oder Julia Morgenstern Cordes und Detlef Morgenstern Cordes oder einfach so wie bisher. Julia Morgenstern und Detlef Cordes. Und weil wir beide schon so lange unsere Namen haben und uns daran gewöhnt haben, wollten wir beide unsere alten Nachnamen behalten. Das habe ich der Standesbeamtin Frau Wohlrab auch so gesagt und sie hat sich das aufgeschrieben. Wann möchten Sie denn heiraten, Herr Cordes, hat sie als nächstes gefragt. Sobald wie möglich, habe ich geantwortet. Frau Wohlrab guckt in einem großen Kalender nach, wann das Standesamt Zeit hätte, Julia und mich zu verheiraten und fragte schließlich, ist der 7. Dezember früh genug? Ich habe in meinem Terminkalender nachgeguckt, ob Julia und ich da schon etwas vorhätten. Nein, bis jetzt noch nichts. Alles klar. Also habe ich mit Frau Wohlrab abgemacht, dass Julia und ich am 7. Dezember um 11 Uhr ins Standesamt kommen, um zu heiraten. Und dann musste ich nur noch bezahlen. Heiraten ist nämlich ganz schön teuer. Einmal heiraten kostet beim Standesamt 33 Euro. Am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus, sind Julia und ich zum Standesamt gefahren, um zu heiraten. Erstmal mussten wir wieder zu der genervten Frau Olschewski. Ich dachte, wenn man heiratet, braucht man nicht zu warten und bin gleich zu ihr ins Büro gegangen. Das war ein großer Fehler. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe, schimpfte sie. Sie sind doch nicht die Einzigen, die heute heiraten. Warten Sie gefälligst draußen, bis Sie aufgerufen werden. Julia und ich setzten uns also ins Wartezimmer. Ein Hochzeitspaar wartete da schon. Man konnte gleich erkennen, dass die beiden heiraten wollten, weil sie so schick angezogen waren. Julia und ich hatten uns auch extra schön gemacht, weil es ja auch eine feierliche Angelegenheit ist, zu heiraten. Frau Morgenstern und Herr Kordes brummte es da plötzlich und Frau Olschewski hielt uns die Tür zum Trauzimmer auf. Sie hat uns tatsächlich zugelächelt dabei. Ein Wunder war geschehen. Im Trauzimmer stand ein großer Tisch mit zwei Stühlen davor. Auf der anderen Seite des Tisches stand der Standesbeamte. Guten Tag, Schnädelbach, stellte er sich vor. Herr Schnädelbach gab Julia und mir die Hand und dann setzten wir uns alle erst einmal hin. Auf dem Tisch brannte eine Kerze. Vor Herrn Schnädelbach lag ein Kugelschreiber und eine riesengroße Mappe mit vielen Papieren. Davon gab er Julia und mir eins. Bitte lesen Sie sich durch, ob das alles stimmt, was da steht. Da stand geschrieben, wie wir heißen, wann wir Geburtstag haben, wo wir wohnen, wie unsere Eltern heißen und wo die wohnen und noch ein Haufen Sachen, die der Standesbeamte alle ganz genau wissen will, wenn er zwei Menschen verheiraten soll. Ja, sagten Julia und ich, das stimmt alles, was da steht. Gut, antwortete Herr Schnädelbach, dann wollen wir jetzt zur Trauung kommen. Und Julia und ich dachten, nun geht es endlich los. Aber jetzt hielt Herr Schnädelbach erst einmal eine Rede, wie wichtig es ist, dass man Rücksicht aufeinander nimmt und immer nett zu seiner Ehefrau und seinem Ehemann ist und so weiter und so weiter. Aber Julia und ich sind sowieso immer nett zueinander, weil wir uns gut verstehen, außer wenn wir uns gerade zanken. Aber das ist nicht so oft. Die Kerze brannte vor sich hin, Herr Schnädelbach erzählte und wir beide hörten schon gar nicht mehr zu. Wann kommt es denn nun endlich? Schließlich sagte Herr Schnädelbach, wir erheben uns, um die Trauung zu vollziehen. Wir standen also alle drei auf, Herr Schnädelbach auf der einen Seite des Tisches, Julia und ich auf der anderen. Wollen Sie, Herr Detlef Cordes, die hier anwesende Frau Julia Morgenstern zur Ehefrau nehmen? Ich konnte zuerst gar nicht sprechen, weil mir auf einmal so feierlich zumute war. Ich musste erst einmal husten und sagte dann einfach, ja. Dann guckte Herr Schnädelbach Julia scharf ins Gesicht und fragte, wollen Sie, Frau Julia Morgenstern, den hier anwesenden Herrn Detlef Cordes zum Ehemann nehmen? Julia musste die ganze Zeit vor lauter Feierlichkeit lachen und kniff sich in die Hand, um nicht laut loszuprusten. Sie sagte nur, ah. Aber das stört Herrn Schnädelbach nicht, denn er sagte jetzt, damit erkläre ich Sie beide, Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Und zu mir sagte er, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Aber danach war mir jetzt gar nicht zumute, denn natürlich hatten Julia und ich uns schon vor der Hochzeit oft geküsst und hatten gar keine Lust, das jetzt hier vor Herrn Schnädelbach im Trauzimmer zu tun. Also setzten wir uns alle wieder hin und Julia und ich mussten noch etwas unterschreiben und dann bekamen wir von Herrn Schnädelbach eine Urkunde, dass wir jetzt verheiratet wären. Damit war die standesamtliche Trauung schon vorbei. Unser Standesbeamter gab uns beiden die Hand zum Abschied und sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Ehe. Auf Wiedersehen. Wir sagten, auf Wiedersehen, Herr Schnädelbach. Vielen Dank. Und dann gingen wir nach Haus. Zum Glück haben wir auf dem Flur nicht mehr die brummige Frau Olschewski getroffen. Draußen vor der Tür haben wir uns erst einmal einen dicken Kuss gegeben. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Wir sind verheiratet. Das war gar nicht so einfach. Aber jetzt freuen wir uns.